Jetzt bist du ja schon drauf oder was? Jetzt bist du drauf. Da haben wir, gehen wir Vorsprung. 20 Sekunden, dann kommen wir. Also rennen. Ich konnte noch mal Bremse. Mein Fuß hängt irgendwo komisch da drin. Wenn ich meinen Fuß da rauskriege, kann ich das verargen. Ich hab vorher den Eisler, ich werde jetzt voll über dein Fahrrad und über dich drüber fahren. Irgendwas geht meiner Schulter, glaube ich. Wo bin ich denn? Wo bin ich denn? Ich bin bis da runter, ey. Ich bin voll auf die Schulter, ey. Der Rücken bin ich tot, glaube ich. Ab dem Atmen habe ich es gerade hing. Naja, ab nun. Ich bin sehr gut auf die Schulter gekommen, ey. Ja. Ich gehe generell nicht wieder ohne alles fahren. Was?